Liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauer Audi heute? Ja, heute werden Kartoffeln geplant. Und zwar mit dem Lohnunternehmer Berger-Stefan. Wir setzen die Kartoffeln mit seiner Maschine. Also, lieber Stefan, du setzt da all in one. Erzähl mir mal etwas über deine Maschine. Der Kraftort ist ein Tornbier, 78 Tern, aber an der Kraftfälle 175 Tern. Die Maschine ist eine all in one Kartoffelnplanzmaschine. Ja, was sagst du so? 60 bis 70 Garen die Stunde. Ja, okay. Danke vielmals, dann wollen wir schnell weiterpflanzen, weil das Wetter ja nicht so gut ist. Gut. 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 So, Heimer. Wie betätzt er? Das ist gut, lo? Ich bin ein Kugel. Ja. Das ist ein Kugel. Ja, du bist eine Kugel. Ja, du bist ein Kugel. Gut. Das war das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020